Was sollt ihr nur heute Abend essen? Ich mache einen kurzen Abstecher zum Kuchenladen. Ihr esst heute Abend Kuchen? Es gibt Macaroni zu essen, davon haben wir noch welche übrig und die legen wir oben auf den Kuchen. Das wird super schmecken. Die hatten kein Schokoladenheiß mehr. Cash? Cash? Cash! Cash! Und Sie sagen, dass Sie sonst nichts Verdächtiges an Ihrem Truck bemerkt haben? Meine Tochter wurde entführt. Ich will wissen, was Sie jetzt tun werden. Tina. Was hast du getan? Tina, bitte. Du hast uns ein Mädchen verloren. Warum geht ich? Es ist seine Schuld. Die ganze Sache. Er hat Schuld. Als Polizisten seid ihr unfähig. Alles, was ihr könntest, meine Frau gegen mich aufhetzen. Wenn ihr denkt, ich war es, dann bitte nehmt mich sofort fest. Erinnerst du dich an ihre Lieblingsbürste? Ja. So eine habe ich gefunden. Was geht hier ab? Ideen? Es gibt einen Kidnapper und einen Voyeur. Sie beobachten mich. Wer beobachtet dich? Haben Sie dieses Mädchen gesehen? Diese Schweine haben meine Tochter. Sie lebt noch. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Jesusht, was ihr?